Musik Herzlich willkommen, ihr Wortschätzchen! Zur Vorbereitung auf den Deutschtest für Anfänger A1 stellt das Goethe-Institut eine Wortliste zur Verfügung. Diese Liste wollen wir hier mit ihren Beispielsätzen durchgehen. Zur Festigung des Wortschatzes sollte man sie wiederholen, viel sprechen und oder einen Deutschkurs besuchen. Seid ihr bereit? Na dann los! Wortliste A1, Teil 2, Buchstabe B bis C Das Baby, die Babys Mein Kind ist noch ein Baby Mein Kind ist noch ein Baby Die Bäckerei Die Bäckereien Ich gehe mal schnell zur Bäckerei Ich gehe mal schnell zur Bäckerei Das Bad Die Bäder Wir haben kein großes Bad Wir haben kein großes Bad Baden Ich bade nicht so gerne, ich dusche lieber Ich bade nicht so gern, ich dusche lieber Die Bahn Die Bahnen Wir fahren lieber mit der Bahn Wir fahren lieber mit der Bahn Die Bahn Die Bahn Die Bahnen Ich nehme die nächste Bahn Ich nehme die nächste Bahn Der Bahnhof Die Bahnhöfe Komme ich hier zum Bahnhof? Komme ich hier zum Bahnhof? Der Bahnsteig Die Bahnsteige An welchem Bahnsteig fährt der Zug? An welchem Bahnsteig fährt der Zug? An welchem Bahnsteig fährt der Zug? Bald Ich komme bald zu dir Ich komme bald zu dir Der Balkon Die Balkone Die Wohnung hat auch einen kleinen Balkon Die Wohnung hat auch einen kleinen Balkon Die Banane Die Bananen Drei Bananen bitte Drei Bananen bitte Die Bank Die Banken Die Bank schließt schon um vier Uhr Er sitzt im Park auf einer Bank und liest Er sitzt im Park auf einer Bank und liest Bar Muss ich Bar zahlen oder geht's auch mit Karte? Muss ich Bar zahlen oder geht's auch mit Karte? Der Bauch Seit gestern tut mir der Bauch weh Seit gestern tut mir der Bauch weh Der Baum Die Bäume Vorsicht! Fahr nicht an den Baum Vorsicht! Fahr nicht an den Baum Der Beamte Die Beamten Fragen Sie die Beamtin an Schalter 8 Fragen Sie die Beamtin an Schalter 8 Bedeuten Was bedeutet das Wort? Was bedeutet das Wort? Beginnen Das Spiel beginnt um 15 Uhr 30 Das Spiel beginnt um 15 Uhr 30 Bei Offenbach liegt bei Frankfurt Offenbach liegt bei Frankfurt Bei Ich wohne bei meinen Eltern Ich wohne bei meinen Eltern Bei Bei uns regnet es heute Bei Er arbeitet bei der Polizei Er arbeitet bei der Polizei Beide Beide Eltern arbeiten Beide 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 Wir kommen beide Wir kommen beide Wir kommen beide Das Bein Die Beine Mein rechtes Bein tut weh Mein rechtes Bein tut weh Das Beispiel Die Beispiele Kannst du mir ein Beispiel sagen? Kannst du mir ein Beispiel sagen? Zum Beispiel Abkürzung Z.B. Viele meiner Verwandten zum Beispiel meine Brüder arbeiten auch hier Viele meiner Verwandten zum Beispiel meine Brüder arbeiten auch hier Bekannt Picasso ist sehr bekannt Picasso ist sehr bekannt Der Bekannte Die Bekannten Ein Bekannter von mir heißt Klaus Ein Bekannter von mir heißt Klaus Bekommen Haben Sie meinen Brief bekommen? Haben Sie meinen Brief bekommen? Bekommen Was bekommen Sie? Was bekommen Sie? Bekommen Dieses Medikament Bekommen Sie in der Apotheke Dieses Medikament Bekommen Sie in der Apotheke Benutzen Die Aufzüge bitte nicht benutzen Die Aufzüge bitte nicht benutzen Der Beruf Die Berufe Was sind sie von Beruf? Was sind sie von Beruf? Der Beruf Die Berufe Was ist ihr Beruf? Was ist ihr Beruf? Besetzt Die Nummer ist immer besetzt Die Nummer ist immer besetzt 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 Der Platz ist besetzt Der Platz ist besetzt Besichtigen Ich möchte gern den Dom besichtigen Ich möchte gern den Dom besichtigen Besser Es geht mir schon besser Es geht mir schon besser Besten Am besten treffen wir uns morgen Am besten treffen wir uns morgen Bestellen Wir möchten bestellen Wir möchten bestellen, bitte Wir möchten bestellen, bitte Bestellen Dieses Buch haben wir nicht Sollen wir es für Sie bestellen? Besuchen Dieses Buch haben wir nicht Sollen wir es für Sie bestellen? Besuchen Darf ich dich besuchen? Darf ich dich besuchen? Das Bett Die Betten Wir brauchen noch ein Kinderbett Wir brauchen noch ein Kinderbett Bezahlen Wo muss ich bezahlen? Wo muss ich bezahlen? Das Bier Die Biere Noch ein Bier, bitte Noch ein Bier, bitte Das Bild Die Bilder Hast du ein Bild von deinem Sohn? Hast du ein Bild von deinem Sohn? Billig Die Jacke kostet nur 10 Euro, die ist aber billig Die Birne Die Birnen Ein Kilo Birnen, bitte Ein Kilo Birnen, bitte Bis Ich fahre nur bis Stuttgart Ich fahre nur bis Stuttgart Bis Ich warte bis morgen Ich warte bis morgen Bisschen Ich spreche Englisch, Französisch und ein bisschen Deutsch Ich spreche Englisch, Französisch und ein bisschen Deutsch Bitte Eine Tasse Kaffee, bitte Eine Tasse Kaffee, bitte Bitte Sprechen Sie bitte leise Sprechen Sie bitte leise Die Bitte Die bitten Ich habe noch eine Bitte Ich habe noch eine Bitte Bitten Darf ich Sie um etwas bitten? Darf ich Sie um etwas bitten? Bitter Der Kaffee schmeckt bitter Der Kaffee schmeckt bitter Bleiben Ich bleibe heute zu Hause Ich bleibe heute zu Hause Bleiben Wir bleiben nur bis morgen Wir bleiben nur bis morgen Der Bleistift Die Bleistifte Hast du einen spitzen Bleistift? Hast du einen spitzen Bleistift? Der Blick Die Blicke Von diesem Hotel hat man einen guten Blick auf den Rhein Von diesem Hotel hat man einen guten Blick auf den Rhein Die Blume Die Blumen Gefallen dir die frischen Blumen? Gefallen dir die frischen Blumen? Der Bogen Die Bögen Schreiben Sie Ihre Lösungen bitte auf den Antwortbogen Schreiben Sie Ihre Lösungen bitte auf den Antwortbogen Böse Sie ist böse auf mich Sie ist böse auf mich Brauchen Brauchst du die Zeitung noch? Brauchst du die Zeitung noch? Breit Wie breit ist der Schrank? Wie breit ist der Schrank? Der Brief Die Briefe Haben Sie einen Brief für mich? Haben Sie einen Brief für mich? Die Briefmarke Die Briefmarken Kaufst du bitte Briefmarken bei der Post? Kaufst du bitte Briefmarken bei der Post? Bringen 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 Sie mir bitte noch einen Kaffee Bringen Sie mir bitte noch einen Kaffee Bringen Wir müssen ihn zum Arzt bringen Wir müssen ihn zum Arzt bringen Das Brot Die Brote Haben Sie auch Weißbrot? Haben Sie auch Weißbrot? Das Brötchen Die Brötchen Nimm noch ein paar Brötchen für die Fahrt mit Nimm noch ein paar Brötchen für die Fahrt mit Das Brötchen Die Brötchen Möchtest du Brötchen zum Frühstück? Möchtest du Brötchen zum Frühstück? Der Bruder Die Brüder Sein Bruder arbeitet auch hier Das Buch Die Bücher Gute Bücher sind oft sehr teuer Gute Bücher sind oft sehr teuer Das Buch Die Bücher In diesem Wörterbuch finden Sie mehr als 20.000 Wörter In diesem Wörterbuch finden Sie mehr als 20.000 Wörter Der Buchstabe Die Buchstaben Diesen Buchstaben gibt es in meiner Sprache nicht Diesen Buchstaben gibt es in meiner Sprache nicht Buchstabieren Bitte buchstabieren Sie Ihren Namen Bitte buchstabieren Sie Ihren Namen Der Bus Die Busse Wann kommt der nächste Bus? Wann kommt der nächste Bus? Die Butter Für mich bitte ein Brötchen mit Butter und Käse Für mich bitte ein Brötchen mit Butter und Käse Das Café Die Cafés Sollen wir uns im Café treffen? Sollen wir uns im Café treffen? Die CD Die CDs Bring bitte deine Lieblings-CD mit Bring bitte deine Lieblings-CD mit Der Chef Die Chefs Wir haben eine neue Chefin Wir haben eine neue Chefin Zirka Abkürzung Ca Von Mainz nach Frankfurt sind es circa 50 Kilometer Von Mainz nach Frankfurt sind es circa 50 Kilometer Der Computer Die Computer Wann bekommst du einen neuen Computer? Wann bekommst du einen neuen Computer? Das war der zweite Teil der A1-Wortliste des Goethe-Institut Gibt es Wörter, die ihr besonders schwierig findet oder gerade fandet? Schreibt sie uns in die Kommentare Stellt uns Fragen Gebt uns Tipps Was wollt ihr hören? Was braucht ihr? Wir machen Videos dazu Das PDF zu diesem Video ist wie immer in der Video-Info unten verlinkt Und wir freuen uns auf eure Kommentare, Kritiken, Wünsche und Tipps Wollt ihr nichts verpassen? Dann abonniert diesen Kanal und oder folgt uns auf Instagram, Twitter, TikTok Schreibt uns eine E-Mail an wortschatz.outlook.com Damit weiterhin viel Spaß beim Deutsch lernen Ihr Wortschätzchen Bis zum nächsten Mal